Wir danken dem Ehrenamt für das Schmeingolgebobereit. Wir danken dem Ehrenamt für das Schmeingolgebobereit. ...gewirkt hat und weil sie aufgrund dieser aktiven Arbeit auch vorgeschlagen haben, für die Feuerwehrspange. Es gab dann eine Entscheidung des Ministers des Inneren von Herrn Stahlknecht, dass sie aufgrund ihrer Aktivitäten, von denen ich ja einige genau kenne und andere noch nicht, dazu wird dann Herr Blecher noch ausführen, vom Land Sachsen-Anhalt und vom Minister des Inneren für würdig erachtet worden, diese Feuerwehrspange, diese Auszeichnung der Feuerwehrspange zu erhalten. Herr Stahlknecht hat mich beauftragt, diese Auszeichnung an Sie zu übergeben. Er hat mich gestern angerufen und hat mich ausdrücklich auch nochmal gebeten, Ihnen die persönlichen Grüße des Innenministers zu übergeben. Er bittet um Verständnis, dass wegen der damals schwierigen Situation im Moment zu der Asylbewerber-Situation er das nicht selber machen kann. Er ist ja gerade in schwierigen Verhandlungen auch mit dem Finanzminister. Und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass der kleine Landrat das dann jetzt an seiner Stelle tut. Ich mache das natürlich sehr gerne und verbinde natürlich damit auch den Dank der Landesregierung, als ich täglich hier mit auch beinreich. Kameraden Schütze ist seit zwölf Jahren Mitglied der Feuerwehr Allerstadt. Durch ihr engagiertes Verhalten konnten 13 Kinderfeuerwehrmitglieder gewonnen werden. Hier leistet eine hervorragende Pressearbeit für die Feuerwehr. Ja, sehr geehrte Frau Schütze, wir kennen uns auch selber. Sie ist schon eine ganze Weile in der Allerstadt von Feuerwehr aktiv. Sie ist eine der sehr aktiven Feuerwehren, die wir im westlichen Vogenlandkreis haben. Deshalb freue ich mich auch, dass ich Ihnen persönlich diese Auszeichnung übergeben darf. Ich würde jetzt die Urkunde einmal verlesen. Ja, und das gilt natürlich für alle in Würdigung. Beispiel geben. Verreistung im Feuerwehrbereich. Verreiche ich Frau Sarah Schütze, Frau Legevolder Allerstadt. Die Feuerwehrsprache spreche. Ihnen Dank und Anerkennung. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank für die bessere Arbeit. Das ist Frau Franziska Kökel aus der Feuerwehr-Tage-Werben. Die Kammerade Kökel ist seit 2007 Mitglied der Feuerwehr-Tage-Werben. 2011 ist die stellvertretende Jugendwartin der Feuerwehr-Tage-Werben. Nach vielen Lehrgängen, Qualifizierungen usw. zur Stellvertretende Stadtjugendwartin der Stadt Welsenfels wurde sie 2013 berufen. Mit dem Mut weiß ich, dass er über dieses, was vorgelesen wurde, hinaus eben derjenige ist, der es geschafft hat, mehrere Orte zu werden, die für sich nicht mehr einsatzfähig waren, so an einem Standort in Spielberg zusammenzuführen, das sei jetzt wieder eine leistungsfähige Währ. Und das war entstanden, ohne dass es wirklich Knatsch zwischen den Altstandorten gegeben hat. Und ohne dass jetzt alle Kameraden aus den Altstandorten in den Bettel hingeworfen haben. Und das ist auch eines der großen Verdienste. Und das kann nur einer, der gut kommuniziert. Und dafür sage ich auch nochmal ganz besonderes Dank für den Mut. Vielen Dank gerne. Bitte bleiben bei der Stand. Auf jeden Fall. Dankeschön. Kamerad Fiedler ist seit 15 Jahren Mitglied der Feuerwehr Lossa. Von der Jugendfeuerwehr wechselte er direkt zur Einsatzabteilung und übernahm 2008 die Verantwortung als Jugendwart. Zurzeit betreut er zwei Kinder und 17 Jugendliche der Jugendabteilung der Feuerwehr Lossa. Viele Bekenntnisse auch. Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich sage herzlichen Dank für das Engagement, das Sie für die Pinne an den Tag legen. Ich wünsche Ihnen weiterhin sehr gerne an den Urkunden für die Auszeichnung der Feuerwehr Lossa. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Und also. Kamerad Mehnert hat maßgeblich Einfluss und Anteil an der positiven Entwicklung der Ortsfeuerwehr Lossa. Er hat eine große beispielhafte Rolle zur Motivation der Kameraden der Ortsfeuerwehr. Und er leistet eine außerordentlich gute und gewissenhafte Arbeit in der Ortsfeuerwehr Lossa. Danke Ihnen herzlich für das Engagement. Ich hoffe, ich wünsche Ihnen das Reise weiter im Gierungsplan. Kamerad Enrico Baumgarten zeichnet sich durch aktives Mitwirkend im Einsatz und Ausbildungsdienst aus und seit 1994 Mitglied der Ortsfeuerwehr Teisen. Hier liegt sicherlich der Schwerpunkt auch auf den Ausbildungsdienst. Denk ich mal, wenn ich das hier so aus der kurzen Zusammenfassenden Begründung rauslese. Lesen. Meine Damen des Innenministers, die herzlichsten Glückwünsche zu der Auszeichnung und vielen Dank für Ihren Anschlangen. Ich bitte Sie wirklich weiterhin, das Ehrenamt hochzuhalten, die Feuerwehr teils zu stützen und zu stärken. Dafür noch einen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.